So was geht meine Freunde? Willkommen zu H1Z1 King of the Kill Jungs. Willkommen und wir sind wieder im Warteraum. Jo. Jo. Das ist so eine Policemütze. Ach das ist ja eine Frau. Was ist das für ein Typ, Mann? Man kann ja auch sein Aussehen irgendwie verändern, oder? Ja, ja, mit halt. Auch Skins, oder was? Mhm. Es sind ja voll viele hier, die hier irgendwie so Hipsterhosen haben, oder so. Haha, zerrissene Jeans, oder was? Ne, so bunte. Oder so hippie. Äh, ja. Statt, oder? Da ist auch eine Tankstelle. Ja, lass mal da wieder direkt hin. Wo bist du? Da finden wir mindestens, wenn wir direkt erster sind, finden wir mindestens mal eine Waffe. Fuck, da kommen jetzt zwei Leute noch dazu. Ich weiß. Boah, ich hoffe ich lande einfach da drinnen. Nein, ich lande einfach gar nicht da drinnen. Ja, moin. Ich bin wirklich behindert. Da rüberspringen und die landen bestimmt da drinnen. Ich bin komplett weit weg. Ja. Ja, sehe ich. Aber guck mal, da sind schon welche Leute. Das heißt, es sind schon Leute gestorben. Das heißt, wir sind schon mal nicht letzter. Wir sind nicht letzter, das ist schon mal ein Erfolg. Guck mal, wir sind eigentlich ziemlich gut. So. Sieht doch schon gut aus. Ja, ich hab schon mal eine AR gefunden. Eigentlich brauchst du nur an einem guten Ort spawnen und schon bist du nicht letzter. Willkommen. Bis nachher. Kannst ja irgendwie gucken, wo viele Leute hingehen und dann haust du ab. Ja, ja. Du musst halt einfach nur langsam mit dem Fallschirm springen. Du musst ja nach unten gucken. Ja, aber dann langsam mit dem Fallschirm springen, dann bist du nicht letzter. Siehst du, das ist doch schon mal gut. Win-win-Situation, ne? Ja, da kannst du nicht letzter werden. Es gibt nur mal Leute, die schnell runtergehen und sterben. Ich nicht. Ich bin nicht letzter. So. Ich hab zwei, ich hab sogar zwei Waffen bis jetzt. Eine Pistole noch. Vielleicht auch. Ich hab ne AR, ne Pistole, dass wir uns teilen hier gehen. Also mit Rechtskick kann man besser schießen, oder wie? Kann man anvisieren. Du geschossen? Ja, dann ist ja gar kein Recoil, ne? So richtig. Hier ist nur ein Shotgun. Ja doch, das ist viel besser. Ja gut. Werde ich jetzt immer machen. Hat man gar kein Recoil eigentlich. Kannst ja auch in die Evo gehen mit Tee. Habe ich eben gemacht, damit ich am besten schießen konnte. Weil mein Charakter hat einfach gepapiert. Irgendwie sogar noch ne Safe Zone. Also wir können jetzt mal schön gediegen looten. Na AR. Stimmt, die ist ja viel besser, die Ego Perspektive. Also halt, um gegen das zu spotten ist halt die... Ne, ich finde die allgemein so viel besser eigentlich. Sieht viel cooler aus. Da hast du die Dingsmonie mitgenommen? Die Eiermonie? Wo denn? Na klar. Hä, da vorne. Ne. So. Hier. Nicht mit. No Space. Hast du nen Rucksack? Nein. Warum die lagen 10.000 Rucksäcke? Muss doch schon Rucksäcke mitnehmen. Wo denn? Ich seh gar keinen. Vorne sind noch zwei. Wo denn? Hallo hier! Oh. Was? Ich glaub, ich mach so nen Mischmasch. Ich glaub. Wird das mal so. Ohne Ego Perspektive spielen. Da Waffen drinnen. Ist noch ne AK, wenn du eine willst. Willst du? Ich nehm die mit. Wieso hab ich kein Space for Dead, man? Ich will diese Yellow Cap nicht. Weg damit. So. Hä, da muss ich ja die Pistole wechseln. Ja, ja. Pistole rausmachen. Gut, dann hab ich jetzt die AK. Ja, ja. Die Pistole ist echt schwach. Halt höchstens, wenn du halt keine Waffe findest. Die Pistole nehmen. Hier ist nur ne AK-Harmony. Wenigstens zu verteidigen. Auf dem Damenklo. Da drüben ist ein Spieler. Wo? Draußen, komm. Der ist in... Lass den rausbringen. Ich schick den jetzt. Der ist schon looten. Wo ist der? Wie ist der? Fuck. Ist der da drin? Der ist da drin, ja. Komm so rein. Ich hab kein Held. Ich hab kein Heldgeld. Weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist gleich tot. Hä? Der hat 21 Leben, Mann. Es kann doch nicht sein. Ich hab ihn. Hä? Wieso macht die so wenig Damage? Oh leid, Eger. Oh, hat er viel Armonie. Der hat doch viel Held. Das ist so lächerlich. Jetzt mal ohne Witzen, Mann. Ich hab ihn fünfmal gehittet. Ich hab keine Ahnung, wie viel das abzieht. Der gibt mir echt nen Hedgehot und bin tot. Hacker, so ein Huren, so ein Hacker. Nee, die jetzt so zugucken. Nee, die jetzt so zugucken. jetzt so im part was du nicht ich mache jetzt eine eigene runde noch wenn ich wüsste wie viel das abzieht dann hätte ich den wahrscheinlich umgebracht gut solo können schwierig werden aber ich habe 500 schuss mann ich hätte die shotgun nehmen sollen ich wusste gar nicht dass sie so weit range gut shot meadow went so nalda na gut let's go jetzt für mich erstmal ganz langsam fallen lassen damit ich nicht als erster sterb hier ist ja absolut nichts bei mir oh was ein wichser alter da ist die kirche in die kirche spawn besser als nix und ich bin nicht letzter das ist schon mal gut aha ich bin nicht letzter jawohl schon mal ziel erreicht so das ist jetzt ein bisschen blöd dass ich jetzt hier voll weit von der kirche weg bin ich bin trotzdem voll am arsch der welt ja da ist schon einer geil ich bin am arsch und ich habe nichts was und den töten wenn er mich jetzt nicht sieht sieht mich auch nicht mal der idiot der ist echt blöd ich hoffe ich kriege jetzt eine waffe und fick ich den ja ich habe eine pistole wenn ich das schon mal etwas bogen wahrscheinlich hat er hier auch alles mitgenommen hier ist ja absolut nix man diese sollte man hier spawnen man ohne müll ne die runde sieht schlechter aus auch wenn ich bin ich schon hundertster bin und so aber ne ich habe hier überhaupt nix nur eine pistole und einen bogen okay Okay, ich muss noch zur Safe Zone. Nach Osten. Okay, gehen wir auch. Nee, ich darf nicht nach Norden. Ich muss Südosten. Genau. Ich hab so verschissen. Ich hab absolut nix, Mann. Jetzt ohne Müll. Ich hab drei Minuten Zeit, um in die Safe Zone zu kommen. Bist du schon tot, eigentlich? Storms? Captain Baloo? Na, guck mal, wo ich schon bin. Ich muss eigentlich nur zum Osten. Mann, ich hab nur ne Pistole, Mann. Hä? War grad auf Karten, Leute. Bist du tot? Ja, ich bin schon gestorben. Da war so ein Wechsel. Hä? Da kam direkt ein Polizeiauto. Ich schießt zwei Leute an. Natürlich kommt der andere um die Ecke. Ja, moin. Also, ich bin grad in der Runde. Ich hab nur ne Pistole und nix. Sonst nix. Ich fang jetzt auch mal ne Runde an. Ich fang jetzt auch mal ne Runde an. Ich hoffe, ich bin, äh, ja, ich bin gleich in der Safe Zone. Das ist schon mal gut. Aber guck mal, ich bin jetzt schon 55 Star und ich hab nur ne Scheiß Pistole, Mann. Muss halt nur am besten nur überleben, ne? Ich muss irgendwie ne Waffe finden. Aber das Spiel macht Spaß, so wie ich es mir erwartet hab. Stopp. Na, ich wünschte, ich könnte jetzt endlich mal einen töten. Ich hab doch gar keinen Kill in dem Spiel. Na gut, ich hab dich auch eben gebetet, weil ich halt Dings machen wollte. Nach, äh, heilen. Und der Fluss nicht, wann der stirbt. Ich kenn mich ja nicht aus damit. Und ich hab einen Shotgunschuss reingedrückt. Ja, und ich hab den 5 mit AR reingedrückt. Aber scheinbar sterben die nicht. Ich glaub ich muss über den Fluss, oder? Ja. Doch, muss ich. Wenn ich dann weiß, wie man so ne komische Rüstung baut, ist ja auch halt easy. Ja, dann würde ich auch nicht so schnell sterben. Ich glaub deswegen überleben die so viele Schüsse. Ja. Kann man hier craften, oder was? Ja. Kann zum Beispiel T-Shirts reißen. Daraus dann halt, äh, Stoff machen und daraus halt, äh, wie heißt das? Bandagen. Das wird nicht mehr Blut ist. Ich bin ausgespawnt ohne Loot, alter. Ja, moin. Wow, ein Helm. Okay, nein, ich hab nichts gesagt. Ich hab immer noch nur eine Pistole, Mann. Ich find überhaupt keine Waffe. Ich hab aber auch einen scheiß Spawnpunkt eigentlich. Kompletter Marsch der Welt war ich. Hä, wo bin ich denn hier, Mann? Ja, ich hab auch. Du hast ne Kiste bekommen. Was bringt die? Kannst du öffnen. Du hast ne Frostbite-Crate. Hab ich auch. Alter, ich kann zwar halt Kisten öffnen und Skins bekommen. Aber ich weiß nicht, ob das zu kostenlos ist, oder nicht. Können wir mal ausprobieren. Ich muss doch jetzt endlich mal ne Safe Zone ankommen. Apropos Safe Zone. Ja, ich bin Cranberry. Apropos Safe Zone. Ich muss übel weit laufen. Scheiß mal auf Moni, Alter. Ich muss selbst nicht. Jungen, ich hab einfach immer noch mal ne Scheiß Pistole, Mann. Was ist besser, der Bogen, oder? Als Pistole? Ja. Da fehlt Moni für die Pistole als ne Pistole. 21. 20. Das ist Breeding. Ich bin aber in der Safe Zone. Das ist lecker. Alter, die Twitch-Streamer gehen alle down. Finde ich super so. Müsste nicht unbedingt große sein. Okay, fuck. Der ist gut bestimmt. Joel Magnum. Hat schon 5 Leute geholt. Ich glaub, ich benutze echt die Pistole. Oh, 4 HP! Aber er stirbt noch. Nein, er heilt sich. Mann, was ein Wichser. Bist du tot? Ja, Mann, 4 HP. So ne Scheiße. Ich guck mal an die Crate. Zieh auf, mach die Kisten. Auf jeden Fall kannst du sie, glaub ich, auch ins D-Mark verkaufen. Ja, ich glaub, so viel sind die gar nicht wert, oder? 5 Cent. 5, 6 Cent ungefähr. Marktplatz. Kann man die öffnen? Okay, schon mal ein Rucksack. Shotgun, jawohl. Okay, jetzt sieht's schon mal viel besser aus für mich. Ich hab ne Ronin-Kiste freigeschaltet. Ich hab ne Cargo-Kurse bekommen. Und das Öffnen ist richtig cool. Du musst auf die Kiste schießen. Kannst du die öffnen? Ja, das waren zwei, ich glaub, so ne zwei Kisten oder so. 250 Kronen. Werden dazu benutzt, Kisten ein. Feinungen und andere Gegenstände zu erwerben. Sie können ebenso dazu benutzt werden, auf dein Match im Premium-Menu zu setzen, während du ein Match bist. Covergrounds auf dem Marktplatz. Ich hab ne AR. Okay, ich hoffe, ich bin noch in der Safe Zone. So, ich muss. Nord-Ost. Mann, wie teuer so ne Crowns sind. Weil so ne Kiste ist. Wobei Osten geht auch. Okay, ich muss Nord-Ost gehen. Mann, ich hab nur ne Shotgun. Ich kann nichts machen. Okay, eine Kiste kostet so um die 250. Genau, 250. Also, wenn du verkaufst, 250 oder was? Nein, um aufzumachen. So. So, wie kann man die Dinger zerreißen? Äh. Rechtsklick. Grab. Schrett. Grab of Cloth und was kann man dann, wie kann man die machen? Dann musst du auch auf Inventar und dein Handwerk oder Crafting den Rechts daneben machen. Wie? Wo ist Crafting? Ah, hier Crafting. Field Bandish. Ja. Man braucht... Man braucht... A Makeshift Armor, ein Duct Tape, ein Armor Scrap, Composite Fabric. Rüstungsfragment und Composite Webe. Wird durch das Zerreißen von Rucksäcken gewonnen. Wird das... Durch das Bergen von Helmen gewonnen. Ah! Also Helme und Rucksäcke. Dadurch können wir so eine... Dings machen. Nice. Okay. Wissen wir es jetzt auch. Armor Scrap... As... As... As Shredding... Large Backpacks. Nicht bei normalen. Ja, okay. Sonst kriegt man nur Stoff. Das habe ich gerade ausprobiert. Du auf einen Schnaps. Ten Military Backpack. Ich hoffe, das ist das. Mann. Okay, warte mal. Bis weiter. In die Safe Zone. Ich bin... Ich bin in der Safe Zone. Ich müsste in der Safe Zone sein. Zumindest erst mal. Also ich habe mich komplett verzählt. So, ich will jetzt AR Money. Alter, ich bin jetzt schon 19. Und ich habe absolut nichts. Joel Magnum, Alter. Der hat schon wieder jemanden umgebracht. Typ geht voll ab. Na, also ich will jetzt hier runter. So, wo muss ich jetzt lang? Okay. Ich muss wieder... Oh, ich muss voll weit laufen. Ich habe ihn angekillt. Oh, ich bin tot. Mann. Als wenn da so viele waren. Oh, Gott. Aber ich habe wenigstens kill gemacht. Ich bin dann 41. Ich bin dann 41. Er geworden. Aber ich habe einen kümmer. Aber ich habe einen kümmer. Er hat einen Kümmer. Ich habe einen Kümmer. Und ich habe einen Kümmer. Ich habe einen Kümmer. muss zu Norden da bin ich safe zone 13. schon aber ich hab nur ne shotgun ich hab keine AR Munition Ich bin in der Safe Zone. Weiß. Aber das ist ein Scheißplatz. Jetzt mal ohne Mist. Absolutes Scheißplatz. Da will doch kein Mensch hin. Ich gehe weiter nach Osten. Da ist eine Tankstelle. Hier ist einfach gar niemand, man. Wobei, hier sind Häuser. Sieht auch aus, als ob da jemand war. Man, ich will jetzt mal endlich ein Large Backpack. Oder einen Helm. Schon wieder Joel Magnum hat schon wieder einen geholt, Mann. Man sieht ja absolut. Ich glaube, ich habe schon zehn Leute geholt. Hoffentlich wird er nicht erster. Ich wollte ihn noch. Richtig lucky. Hoffentlich, Alter. Und er streamt ja gerade scheinbar, glaube ich. Der Twitch. Hoffentlich wird er schön im Livestream ausrasten, wenn er jetzt nicht erster wird. Und ich muss das mal schaffen. Okay, ich werde angeschossen. Und ich kann nichts machen. So getroffen? Ja, ich wurde getroffen, aber ich lebe noch. Ich habe nur eine Shotgun und was soll ich hier machen? So. Wie die geht, habe ich ja nicht. Fuck. We gott gegen Bots, ne? Ich f***, keine One-Clicks. Ich kann nichts machen, Mann. Ich kann mich nicht mehr wehren, weil die, die macht das von Reichweite und ich habe eine Shotgun. Ich bin immer noch in der kompletten Safe Zone. Noch safer wäre der Berg, aber da ist ein Huren-Zone. No, ich bin komplette Safe Zone. Hier hat die Hochschule. Und da ist ein Huren-Zone. Okay, da kommt ne Geil, 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 geil Military Box, die will ich haben Aber da kommen bestimmt 10.000 Leute Okay, ich bin immer noch in der Safe Zone Ich bin in der absoluten Safe Zone Joel, Magnum hat schon wieder jemanden geholt Der 10, Alter Will ihr Leben noch? Will ihr Leben noch? 10 Du scheiße, johne Ich bin immer noch in der Safe Zone Ich bin immer noch in der Safe Zone Alter, hab ich Glück gehabt. Gerade ist eine Bombe fast neben mir, also wo ich davor war. Das ist aufgegangen. So. Ich bin, glaube ich, in der absoluten Mitte. Ich camp jetzt hier, ist mir scheißegal. Wobei, ich muss jetzt weiter nach oben. Muss zur Tankstelle. Ne, ich muss komplett zum Norden. Joel Magnum hat schon wieder hingeholt. Wie viele Leben noch? Acht. War keiner, ist hinter mir. Der trifft mich aber nicht. Ich sehe den gar nicht. Ja, komm, was will ich machen. Ich bin Zipter. Hab den nicht mal gesehen, Mann. Ich hatte wie keine Waffe. Wer ist der komische Typ, der Typ, der gekillt hat, hat sich gekillt, oder was? Ne, Dämoniepika oder so, der hat auch fünf Leute geholt. Aber gut, eigentlich war es eine coole Runde, auch wenn ich überhaupt nichts hatte. Aber ich habe überhaupt keinen geholt. Mann, das ist irgendwie langweilig. Also, tschüss. Ich legge. Uwe. Ja.